Schönen guten Tag, mein Name ist Paul Ochsenhofer, ich bin der Geschäftsführer von Remax Prime. Schön, dass Sie sich für den Job des Immobilienmarklers interessieren. Wir sind auf der Suche nach Marken für unsere Unternehmen. Wir wenden uns dabei an Immobilienmarkler, die bereits Erfahrung in der Branche haben, einerseits, aber auch andererseits an Quereinsteiger, die bereits Erfahrung im Vertrieb und im Verkauf haben. Wir wenden uns auch an Leute, die ihren 50. Geburtstag bereits hinter sich haben. Ich kann Ihnen sagen, dass der Beruf des Immobilienmarklers ein sehr interessanter ist, ein sehr vielseitiger und abwechslungsreicher ist, den man sich sicherlich aus der Nähe mal anschauen sollte. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich bei uns bewerben. Bitte schicken Sie Ihren Lebenslauf und Ihre Bewerbung inklusive Foto an po.remaxprime.at. Ich wiederhole, po.remaxprime.at. Das kommt dann direkt zu mir und ich würde mich dann bei Ihnen melden. Ich hoffe von Ihnen zu lesen und würde mich freuen, Sie zu einem Gespräch einladen zu dürfen. Alles Gute, ich hoffe bis bald, Ihr Paul Ochsenhofer von Remixprime. Wiedersehen.